Peace Freunde der gepflegten Investitionen. Es ist Montag, neue Woche beginnt, wir haben Bock, es sieht sehr sehr gut aus und heute sprechen wir mal über die Frage, die sich momentan wahrscheinlich 90 Prozent der Kryptoinvestoren Gedanken machen, nämlich wann beginnt denn die Altcoin Rally? Wann beginnt die Altcoin Season? Wir haben jetzt schon einiges gesehen, wir sehen aktuell wieder Korrekturen, aber die wenigsten können eigentlich einschätzen, wann es losgeht und ich kriege wirklich gefühlt den ganzen Tag einfach die Frage, wie sieht es aus? Starten wir im Januar? Starten wir vielleicht im Dezember? Starten wir erst Mitte nächsten Jahres? Wir werden uns heute mal anhand des CMC, Altcoin Season Index, mal einige Daten einfach anschauen aus der Vergangenheit anhand der letzten Bullruns, die einfach mega spannend sind und anhand von diesen Daten können wir prognostizieren, was wahrscheinlich auch diesen Bullrun passiert. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, denn ich erkläre euch auch, wie ihr euch optimal positioniert und bevor wir rein starten, natürlich sehr sehr gerne Däumchen nach oben klicken, kurz Handy drehen, einmal auf den Daumen drauf, würde mich extrem supporten, mich extrem freuen und das Video wird natürlich dann auch mehreren Leuten gezeigt, heißt wir haben nochmal potenziell neue Leute, die auch in den Markt einsteigen, was euch in die Karten spielt, was mir in die Karten spielt. Das heißt, das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Von dem her schon mal vielen Dank für alle, die einen Daumen nach oben geben und für alle, die neu da sind, sehr sehr gerne natürlich den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde aber sagen, let's go! Aber fangen wir erstmal an, was ist der Altcoin Season Index? Also der Altcoin Season Index, kurz ASI, ist quasi ein Schlüsselindikator, um zu erkennen, ob gerade die Altcoins oder ob gerade Bitcoin am dominieren ist. Wie funktioniert der ASI? Also er vergleicht quasi die Top 100 Altcoins mit Bitcoin und bewertet die Performance über die letzten 90 Tage, also quasi über die letzten drei Monate. Wenn ich hier mal runter scroll, seht ihr auch die ganzen Performer. Das meiste hier ist grün, unten haben wir dann sowas wie HNT, CAS, AR, MKR. Aber ihr seht schon da eine ganz klare Linie. Aktueller Wert, der ASI steht derzeit bei 50, was bedeutet, dass wir uns in einer sehr, sehr neutralen Zone befinden. Kommen wir aber zum aktuellen Stand und zu den ganzen Top Performern. Also wo stehen wir aktuell? Der Altcoin Season Index liegt, wie gesagt, aktuell bei 50. Das deutet auf eine Übergangsphase hin. Bitcoin zeigt Stärke, aber einige Altcoins beginnen bereits auch Bitcoin schon out zu performen, was auch schon mal eine Ansage ist und was einfach schon mal der erste Schritt ist in Richtung Altcoin Rally. Wenn wir uns mal die Top Performer anschauen, also der letzten 90 Tage eben. Ihr seht ganz oben, Peanut ist natürlich ein absoluter Ausreißer mit über 2300%. Wir hatten letzte Woche natürlich dann auch schon von XLM, also von Stellar geredet. Der war auch schon sehr, sehr krass mit über 450%. Dann hatten wir Coins wie Dogecoin mit über 300% oder auch sogar Cardano mit 192%, von dem ja auch viele noch vor Monaten gesagt hatten, als ich in den Videos erwähnt hatte, auch was sprichst du hier die alten Wecken an und Cardano, du bist nicht mehr up-to-date. Cardano ist ein sehr, sehr solider Altcoin und wird meiner Meinung nach auch diesen Bullrun noch einige Prozente machen. Also ich habe ihn auch im Portfolio. Schauen wir mal, ist jetzt natürlich nicht mein Top-3-Coin, aber Cardano da irgendwie zu behaupten, das wäre ein absolutes Schmutzprojekt, ist halt auch einfach nicht die Wahrheit und abgesehen davon hat es eine riesen Community und darauf kommt es halt in diesem Bullrun auch mal wieder an. Auch wenn das viele nicht hören wollen, Technik ist halt eher zweitrangig. Werden viele vielleicht auch anders sehen, aber es ist leider so. Das sieht man ja auch gerade an den ganzen Meme-Coins oder schaut euch Peanut an. Was ist Peanut bitte? Also jetzt mal ohne Witz, wäre es ein Peanut rein. Trotzdem Glückwunsch, der da rein ist, aber ich finde das einfach nur lächerlich. Aber gut, dann haben wir selbst Ethereum mit über 33% der extreme Stabilität, extreme Stärke bewiesen hat und da reden wir halt mal wieder, wie gesagt, von den zwei Top-Kryptos. Bitcoin, Ethereum, die werden jeden Bullrun gekauft, die werden meiner Meinung nach noch etwas länger an erster und zweiter Position stehen. Der wird vielleicht dann auch mal ein anderer Coin kommen, der Ethereum den Rang abläuft, vielleicht XRP. Vielleicht aber auch nicht. Gucken wir mal. Das zeigt auf jeden Fall, dass einige Altcoins schon jetzt stark performen, auch wenn wir noch keine klare Altcoin Season haben. Schauen wir aber mal auf die Vergangenheit. Was sagt uns die Vergangenheit? Wenn wir uns mal die Daten aus den letzten Bullruns anschauen, einfach auch mal um abzuschätzen, wie lange es circa dauert, bis Altcoins durchstarten, haben wir mal zwei verschiedene Beispiele. Zum einen den Bullrun 2020, 2021. Dort ist der ASI im Dezember gestiegen auf über 60, also Dezember 2020 und es dauerte danach drei bis vier Monate, bis die Altcoin Rallye im Februar 2021 angefangen hat. Ethereum, Cardano und Dogecoin haben diese Rallye angeführt mit Gewinn von weit über 300%. Und als zweites Beispiel haben wir mal den Bullrun 2017. Also Bitcoin begann seinen Anstieg im Herbst 2017 und die Altcoins folgten etwa vier Monate später mit einer wahnsinnsexplosiven Rallye. Also auch hier könnt ihr schon mal abschätzen, das eine ging drei bis vier Monate, beim Bullrun 2017 waren es vier Monate. Nur mal so im Hinterkopf behalten. Und was lernen wir daraus? Ein ASI über 60 signalisiert den Beginn der Kapitalrotation in die Altcoins. Historisch dauerte es ab einem ASI von 60 oder höher, ungefähr drei bis sechs Monate, bis dann die Altcoins extrem explodierten. Also das auch mal als Richtwert notieren. Gerne auch mal auf die Seite hier drauf. Gebt mal oben ein CMC Altcoin Season Index und vergleicht das mal. Geht da auch mal rein. Benutzt das wie CoinMarketCap, wie eure täglichen ganzen Krypto-Apps etc., wo ihr die Kurse checkt, wo ihr die wöchentlichen Profite checkt, die monatlichen Profite checkt, die Coins vergleicht, in die verschiedenen Rubriken reingeht. Ist meiner Meinung nach halt auch ein Tool, was jeder Kryptoinvestor halt auch mehrmals täglich einfach offen haben sollte, um dort halt einfach auch die verschiedenen Bewegungen zu tracken. Aber was ist jetzt natürlich spannend? Natürlich die Prognose für 2025. Alle fragen sich aktuell, wie gesagt, wann startet die Altcoin Rallye? Was bedeutet das generell jetzt auch für die Zukunft? Ich meine aktuell ASI von 50. Wir sind in einer neutralen Phase, aber die Top Performer deuten an, dass sich der Markt langsam in Richtung Altcoin Season bewegt. Ein möglicher Zeitplan, basierend jetzt auf den historischen Daten, könnten wir bei einem Anstieg des ASI von über 60 innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate eine klare Altcoin Rallye erleben. Das könnte bedeuten, dass die Altcoin Season, wenn wir aus diesen ganzen Daten jetzt mal die Schlussfolgerung stellen, dass wir sie zwischen März und Juni 2025 sehen könnten, beziehungsweise, dass zwischen März und Juni 2025 der Höhepunkt der Altcoin Rallye wäre. Also nächstes Jahr, März bis Juni. Ist natürlich jetzt die Frage, unterschreibt ihr das? Wie seht ihr das? Können wir anhand der ganzen Daten aus der Vergangenheit das so grob festlegen? Oder sagt ihr, es ist früher, es ist später? Also da gerne mal in die Kommentare und eure Prognose dazu. Wann erleben wir den Peak der Altcoin Rallye? Wie stellt ihr euch das Ganze vor? Also würde mich extrem interessieren, wenn wir da auch wieder in den Kommentaren untereinander ein bisschen diskutieren und einfach jeder mal seine Meinung preisgibt. Denn, wie gesagt, es gibt hier keine falschen Antworten, es gibt keine richtigen Antworten. Wir sind hier ein bisschen am Philosophieren, ein bisschen am Datenvergleichen. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach das Spannende. Ich meine, der Großteil von uns ist sowieso schon investiert. Der Großteil hat eh schon im Bärenmarkt gekauft. Der Großteil hat seine ganzen Altcoins, seine ganzen Favoritencoins sowieso schon im Portfolio. Und jetzt geht es ja im Endeffekt nur darum, okay, wann knallt es jetzt? Wann kassieren wir richtig ab? Das ist jetzt halt mal ein mögliches Szenario. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es irgendwo grob in dem Zeitraum sein wird. Aber schauen wir mal. Dann natürlich nächster wichtiger Punkt. Welche Coins, welche Projekte könnten profitieren? Ich meine, die Large Cap Altcoins wie Ethereum, Cardano, Solana sind natürlich extrem wichtig. Und meiner Meinung nach werden die auch als erstes starten. Und dann haben wir innovative Projekte im Bereich DeFi, AI oder NFT, die natürlich später nachziehen, aber meistens auch deutlich größere Gewinne liefern. Und jetzt natürlich die Frage, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Ich meine, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um strategisch zu handeln. Als erstes beobachte natürlich den ASI. Den Wert über 75 ist der klare Startschuss für eine Altcoin-Season. Als zweites investiere natürlich gezielt. Also große Altcoins wie Ethereum sind oft sichere Häfen, einfach weil sie schon ein gewisses Fundament haben, während kleinere Projekte natürlich höhere Risiken und potenziell größere Gewinne bieten. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Und drittens diversifiziere dein Portfolio. Also setze nicht alles auf einen Coin, nicht alles auf eine Rubrik. Zum Beispiel jetzt nicht nur in AI-Coins gehen oder jetzt nicht nur in den DeFi-Markt gehen oder nur auf NFTs setzen oder, oder, oder. Sondern wie gesagt, schön diversifiziert. Der Markt bleibt volatil. Und um das einfach auch abzufedern, um einfach auf mehrere Pferde zu setzen, mehrere Pfeile im Köcher zu haben, einfach zu schauen, dass man das schön spreadet. Weil das machst du nicht nur auf dem Kryptomarkt so, sondern das machst du generell so. Egal, ob das Immobilien ist, ob das Edelmetalle sind, ob das Wertgegenstände, Luxusgegenstände wie Uhren sind, Gemälde sind oder sonst was ist. Also man schaut immer, dass man spreadet, dass man einen Teil sicher anlegt, einen Teil risikoreich anlegt oder auch gemischt. Also eine gute Mischung macht es am Ende des Tages einfach. Und zudem natürlich noch ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, halt natürlich die Emotionen im Griff. Und investiere wirklich nur das, was du auch wirklich bereit bist zu verlieren. Das ist eigentlich so mit der größte Fehler von vielen, weil sie halt einfach blind ihre Kohle reinbuttern. Überhaupt nicht nachdenken, wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch übrig? Muss ich vielleicht noch diverse Sachen bezahlen? Kommt vielleicht noch die Rechnung von der Telekom über 200 Euro, weil ich meinen Internetanschluss auf ein Gig habe oder sonst irgendwas? Also man muss schon einfach gucken, dass man haushaltet, dass man guckt, dass das alles Sinn macht, was man macht. Weil das sind dann halt immer die Leute, die in Krypto reingehen, sich komplett verkalkulieren und drei, vier Monate später wieder ihre gesamten Kryptogewinne rausziehen, weil die Waschmaschine kaputt ist oder weil eine Rechnung vom was weiß ich was kommt, Inkasso und dann war es das halt mit Krypto. Deswegen, es ist nicht so einfach, mit Krypto richtig viel Geld zu machen, weil du musst schon sehr, sehr viel einfach richtig machen. Und du musst vor allem die ganzen Fehler, die 90% der Leute am Anfang machen, am besten einfach vermeiden. Deswegen seid froh, dass ihr in einer Zeit lebt wie heute, in der es YouTube gibt, in der es Kanäle gibt, die euch erstmal die ganzen Fehler etc. versuchen zu eliminieren und euch so schon mal, ich sag mal, extrem viel Zeit halt einfach sparen. Deswegen lasst natürlich auch hier nochmal gerne ein Däumchen hoch da. Würde mich natürlich freuen und würde einfach die Arbeit nochmal ein bisschen supporten. Also zusammengefasst zeigt uns der Altcoin Season Index einfach, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden. Wenn der Index weiter steigt, könnten wir 2025 eine explosive Altcoin Rallye erleben. Nutzt die Zeit, um euch vorzubereiten, um strategisch zu handeln. Oder ihr habt jetzt beispielsweise in der Vergangenheit doch den ein oder anderen Altcoin vielleicht aus den Augen verloren. Seht aber, okay, wir sehen jetzt nochmal eine größere Korrektur. Dann schlagt zu. Bei den ganzen Altcoins, wo jetzt noch nicht die Riesengewinne passiert sind. Wie gesagt, wir stehen aktuell auf einem Wert von 50. Die Altcoin Season kommt noch. Heißt, dicke Gewinne sind noch möglich. Das heißt, es ist jetzt noch nicht zu spät. Ich würde Bitcoin zum Beispiel jetzt erstmal außen vor lassen. Da brauchst du aktuell nicht investieren. Der ist meiner Meinung nach einfach zu hoch. Und gerade für Leute, die irgendwie überlegen, zwischen 50 Euro und 5000 Euro zu investieren, ist Bitcoin aktuell einfach unattraktiv. Auch wenn das die Bitcoin Maxis nicht hören wollen, in meinen Augen ist es so. Wir sind hier, um Geld zu verdienen. Und mit Bitcoin machst du Stand jetzt einfach kein Geld. Punkt. So ist es halt. Deswegen schaut euch lieber die Altcoins an, die aktuell noch unterbewertet sind, bei denen aktuell noch wenig gegangen ist. Und schaut einfach, dass ihr euch ein schönes, solides Portfolio aufbaut. Und dann wird das einfach eine richtig, richtig geile Zeit. Die nächsten Monate werden mega spannend. Und ich bin einfach mega hyped auf die Season. Und ja, wird geil. Und hinten raus natürlich nochmal Werbung von meinem Partner Maxi. Gerade wenn ihr noch auf der Suche seid, euer Portfolio aufzustocken mit gewissen Projekten, mit verschiedenen Altcoins, die ihr vielleicht verpasst habt etc. Schaut sehr, sehr gerne mal bei Maxi vorbei. Ihr habt, wie gesagt, eine All-in-One-Plattform. Heißt, ihr könnt dort nicht nur Kryptos kaufen, verkaufen, sondern ihr könnt dort auch aktiv traden. Wir haben mit die besten Gebühren, was das Ganze angeht. Die schnellsten Transaktionen, was das Ganze angeht. Also schaut gerne mal vorbei. Im zweiten Link in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze. Wir haben auch extrem viele Aktionen immer wieder für euch am Start. Das variiert Monat für Monat. Aber im November laufen noch verschiedene Bonis für euch. Also wenn ihr euch anmeldet über meinen Link, gibt es diese Bonis. Könnt da gerne mitmachen. Auch für die ganzen Trader unter euch. Je nachdem, was ihr erreicht, gibt es halt relativ schnell mal 500$, 200$, 100$ und top, um zu traden etc. Und was natürlich noch ein weiterer Vorteil ist, ihr braucht kein KYC. Es ist sehr, sehr einfach von der Handhabung. Heißt, anmelden, registrieren, E-Mail, Passwort und ihr könnt im Endeffekt loslegen. Schaut sehr, sehr gerne rein. Wie gesagt, zweiter Link in der Videobeschreibung. Das auf jeden Fall mit dem Video von heute. Hinten raus vielleicht nochmal. Schaut gerne in der Krypto-Telegram-Gruppe vorbei. Ist komplett umsonst. Dort könnt ihr euch austauschen mit Gleichgesinnten. Wir haben mittlerweile einen super Austausch dort. Wir steigen jede Woche massiv. Also es ist echt extrem viel los in der Gruppe. Man hilft sich gegenseitig. Es ist eine super Stimmung vor allem drin. Keiner macht den anderen irgendwie fertig oder so. Und wenn da jemand Blödsinn baut, der fliegt sowieso direkt raus. Also wer da Bock drauf hat, auf eine angenehme, erwachsene Community, kommt gerne rein. Erster Link in der Videobeschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und sonst, ja, Twitter vorbeischauen, Insta vorbeischauen, Däumchen dalassen. Und für alle, die neu sind, wie gesagt, sehr, sehr gerne Kanal abonnieren. In diesem Sinne, bis die Tage. Macht's gut. Peace, peace.